Hallo, ich bin Franziska. Vielleicht habt ihr es ja schon gehört. Man kann jetzt abstimmen über den Bürgerhaushalt. Das bedeutet, es haben ganz viele Potsdamerinnen und Potsdamer Wünsche eingereicht, wie ihre Stadt, also Potsdam in Zukunft, besser aussehen sollte oder so. Und darüber kann man jetzt abstimmen. Und zwar geht das per Post und im Internet unter potsdam.de slash Bürgerhaushalt. Das kann man bis Mitte November machen. Und hey, alle Leute, die hier wohnen und mindestens 14 Jahre alt sind, können dabei mitmachen. Also geht auf die Seite und ihr erfragt mehr und könnt dann auch. Bis zum nächsten Mal.